Dividendeninvestoren kennen es, wenn man auf einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann jeden Monat oder auch mehrere Male im Monat mit irgendwelchen Dividenden zugeballert wird. Da kann man sich irgendwann gar nicht dagegen wehren mehr und alles, was man dafür tun muss, ist das übrige Geld in Aktien investieren. Und wenn man natürlich Dividenden bekommen will, dann sollte man eben auch solche Aktien kaufen, die eine Dividende auszahlen. Wie genau ich diese Aktien bzw. Unternehmen aussuche, darauf gehe ich in diesem Video nicht genau ein. Es sei jedoch gesagt, dass meine Investmentphilosophie so ein bisschen darauf beruht, wirklich Global Player Konzerne auszuwählen und mich darauf zu konzentrieren. Einfach auf Altbewährtes mit Burggraben und auch mit genügend Cash, um Konkurrenz aufzukaufen. Und wenn man genug verschiedene von diesen Unternehmen im Portfolio hat, dann ist es irgendwann so, dass man eben irgendwann dann praktisch jeden Monat irgendeine Dividende ausgeschüttet bekommt oder vielleicht sogar auch mehrere Male im Monat. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es nicht einen fixen Dividendentermin für alle Unternehmen und Konzerne auf der ganzen Welt gibt, wo alle gleichzeitig auszahlen, sondern weil jedes Unternehmen seine ganz eigenen Termine hat, zu dem ausgezahlt, zu denen ausgezahlt wird. Also um das zu erreichen, um möglichst häufig Cashflow bzw. Dividende zu bekommen, sollte man auch in mehreren Unternehmen investiert sein. Und auch mal außerhalb von Deutschland schauen, weil in Deutschland nur mit deutschen Aktien alleine das zu erreichen, jeden Monat im ganzen Jahr irgendwas ausgezahlt zu bekommen, ist relativ schwer, weil hier die Aktienkultur so ist, dass man von allen Unternehmen eigentlich nur einmal im Jahr eine Dividendenausschüttung erwarten kann. Also jedes Unternehmen in Deutschland zahlt eigentlich nur einmal Dividende aus. In Amerika ist zum Beispiel die Aktienkultur ein bisschen anders. Da ist es normal, dass quartalsweise ausgezahlt wird, also viermal im Jahr. Wobei ich letztens auch gelernt habe, dass Disney da eine Ausnahme ist. Die zahlen auch nur halbjährlich. Und so eine halbjährliche Ausschüttungshäufigkeit wäre zum Beispiel auch in Australien normal. Also überall ist es ein bisschen anders, aber in Deutschland ist die Aktienkultur nicht so krass. Laut Statista haben wir hier in Deutschland nur 4,5 Millionen Aktionäre. Das sind bei 83 Millionen Einwohnern 5,4 Prozent. Also für ganz Deutschland jetzt. Und wenn man sich die Leute anschaut, die Geld tatsächlich anlegen, sei es jetzt Tagesgeldkonto, Bausparvertrag oder sonst irgendwas, dann kommen wir auf 15 Prozent Aktionäre. Platz 1 in Deutschland, wie am häufigsten investiert wird, ist tatsächlich noch das Sparbuch. Und danach kommt das Girokonto. Dann kommen irgendwann die Bausparverträge, Immobilien, Tagesgeldkonten und die Riester-Rente. Und danach kommen erst Aktien. Darunter findet man dann nur noch festverzinsliche Wertpapiere. Das sind alle Arten von Anleihen und auch Pfandbriefe und ähnliches. Sagen wir einfach, das Interesse in Deutschland ist nicht ganz so groß. Und deshalb reicht es wahrscheinlich auch, wenn die Unternehmen hier einmal jährlich ausschütten. Ist ein bisschen langweilig, weil wie schon gesagt, in Amerika wird normalerweise quartalsweise ausgezahlt. Das heißt, da reichen eigentlich nur drei Aktien, um alle zwölf Monate des Jahres irgendeine Ausschüttung zu bekommen. Ich habe hier dazu ein Video gemacht, wie so ein Portfolio aussehen könnte. Aber bitte, das ist nur ein Beispiel, beziehungsweise das sind nur Beispiele. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt befolgen muss. Es ist auch nicht das Allerwichtigste, jetzt jeden Monat irgendwas ausgezahlt zu bekommen. Es ist cool, aber es ist nicht das Wichtigste beim Investieren. Und bei mir ist es so, dass sich das dann irgendwann automatisch ergeben hat. Ich habe auch nicht von vornherein mein Portfolio danach geplant, sondern ich habe da zwar immer drauf geschielt, klar, aber ich habe meine finale Entscheidung jetzt dann nicht unbedingt danach getroffen, wann da die Dividende ausgezahlt wird. So, aber in diesem Video soll es ja nicht nur um Theorie, sondern auch um die Praxis in meinem Portfolio gehen. Schauen wir uns einfach mal an, wie mittlerweile ich mehr als einmal im Monat Dividende ausgeschüttet bekomme. Natürlich habe ich euch alles wunderbar aufgedröselt in einer Excel-Tabelle, so wie sich das gehört. Und da können wir uns einfach mal meinen Dividendenkalender, so wie er im Moment ist, anschauen. Ich habe den nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt. Ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Es kann natürlich immer sein, dass sich irgendwas ändert, besonders über die Jahre. Manchmal verschiebt sich das auch um einen Monat. Deswegen, also das ist so, wie ich das aktuell für mich rausgesucht habe. Demnach wäre es aktuell so, dass AT&T im Februar, Mai, August und November ausschüttet. Johnson & Johnson im März, Juni, September und Dezember, genauso wie Royal Dutch Shell und Coca-Cola im April, Juli, Oktober und Dezember. Altria, CoreCivic, Viacom, der iShares Global Select Dividend 100 ETF, zahlen im Januar, April, Juli und Oktober aus. Und dann noch mein Joker EPR Properties, der einfach mal monatlich auszahlt. Dividendensaison habe ich also eigentlich immer, aber meine krassesten Monate sind der Januar. Da sind es fünf Aktien und im April, Juli und Oktober sind es sechs Aktien. Am wenigsten los ist in den Monaten Februar, Mai, August und November, in denen jeweils nur zwei Aktien ausschütten. Ich habe aktuell im Mai 2019 44 Zahltage im Jahr. Im Schnitt macht es alle 8,3 Tage eine Überweisung auf mein Konto. In der Praxis ballt es sich aber am Anfang und in der Mitte eines jeden Monats. Wirklich selten wird irgendwas am Ende des Monats ausgeschüttet. Jetzt im aktuellen Monat im Mai erwarte ich zum Beispiel eine Ausschüttung von AT&T und EPR Properties. Schauen wir uns doch nochmal an, wie viel Dividende ich insgesamt in meiner Dividendenkarriere schon verdient habe. Und ich muss dazu sagen, ich stehe noch relativ am Anfang. Ich bin seit 2015 dabei und ich habe jetzt auch noch keine Riesensummen investiert, weil ich war noch Student, also ich hatte da kein Geld. Auch jetzt ist es nicht so, dass ich Zehntausende auf einmal investiere, sondern ich bin mit Sparplänen und regelmäßigen Nachkäufen einfach dabei. Deswegen auch diese Entwicklung, so wie sie hier zu sehen ist. 2015 habe ich nur 2,93 Euro Dividende bekommen. 2016 waren es 17,27 Euro. 2017 dann 62,64 Euro. 2018, also letztes Jahr, 180,46 Euro. und dieses Jahr 2019 bisher 111,21 Euro. Also dieses Jahr wird natürlich auch wieder 2018 outperformen, denke ich mal. Hoffe ich. Auf jeden Fall. Eine Frage, die noch häufig gestellt wird in Bezug auf Dividenden ist, wo kriegt man denn diese Termine her, zu denen ausgeschüttet wird? Und da ist wahrscheinlich die beste Quelle einfach die Webseite des Unternehmens selbst. Die haben meistens noch eine Unterseite für Investoren, wo die dann eben all ihre Informationen herbekommen, inklusive auch, wann die Termine für die Dividenden sind. Da sind nicht nur die Termine für die Dividenden zu finden, sondern natürlich auch, was das Unternehmen in Zukunft so plant und mehrere Kennzahlen, wo sie sich einfach vor den Investoren rechtfertigen. Also eigentlich eine sehr informative Seite, auf die man als Investor auf jeden Fall einmal schauen kann. Oder man googelt einfach schnell nach dem Unternehmen und schreibt dazu Dividendenhistorie oder Dividend History. Dividend History dann in zwei Wörtern, weil es ist halt Englisch. Und dann bekomme ich oft Vorschläge entweder von der Nasdaq-Börse oder von Dividend.com. Auch Dividend.com eine sehr schöne Seite mit vielen Informationen zu den Dividenden natürlich. Not sponsored. Ganz ehrlich, vor nicht allzu langer Zeit war ich auch noch sehr daran interessiert, wann die Unternehmen jetzt auszahlen. Denn ich wollte einfach regelmäßigen Cashflow sicherstellen. Ich bin da ein sehr großer Fan von. Inzwischen gibt es aber diesen regelmäßigen Cashflow. Und deswegen ist das so ein bisschen auch in den Hintergrund bei mir gerückt. Also ich schiele da nicht mehr so drauf, wann jetzt da die Unternehmen ihre Dividenden auszahlen. Aber mehr als einmal im Jahr wäre natürlich schon schön. Deswegen bin ich eben hauptsächlich in den USA investitionstechnisch unterwegs. Oder ich habe eben den Aishas Global Select Dividend 100 ETF. Der zahlt auch quartalsweise aus, hat dann aber auch Unternehmen aus der ganzen Welt drin. Auch aus Europa und aus Deutschland. Da ist zum Beispiel die Allianz, die mir jetzt da ins Auge gefallen ist. Ja und Merck ist zum Beispiel auch mit in diesem ETF dann drin. Und da kann man dann trotzdem von einer quartalsweisen Ausschüttung profitieren, weil es eben 100 andere Unternehmen in diesem Topf gibt, die öfter ausschütten. Wenn du mehr davon sehen willst, wie ich über Dividenden rede, dann checke auf jeden Fall diese Playlist hier aus. Oder schau auch bei dem wöchentlichen Dividendendienstag live zusammen mit dem Sparkoyoten bei Instagram vorbei. Weitere Infos in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal Leute und tschüss.